Na komm, äh? Irgendwie hat sich gerade mein Gamepad umgestellt. Warum auch immer? Na, sieh mal einer an! Jetzt geht's hier hoch. Blippin muss jetzt auf seinem Handy den Stream gucken, während er auf dem PC schreibt. Oh. Nom 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 nom. Hauptsache Trauben essen. Ich hör auf zu Trauben essen. Nö. Wario ist selber? Ich komm da gar nicht ran. Ah! Cool. Das klappt. Ich weiß gar nicht, ob das der Stern war, den ich holen sollte. Aber auf jeden Fall hab ich ihn. Juhu! Juhu! Hm. Wario ist. Genau. In Metal. Der Metal... Metal... Metal Mario. Metal Vario! Wow! 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 Stopp! Stopp! So. Ich hab immer noch keine Ahnung, wo denn jetzt eigentlich dann wohl Wario gebraucht wird. Da? Hm. Da bräuchten wir wieder eure Hilfe zu schauen. Das ist wie in einer dieser Disney-Serien, wo man... wo man Mickey helfen muss, um welche Sachen zusammen zu basteln. Ein Riesenpilz! Ein Riesenpilz! Ein Riesenpilz! Das ist gar nicht. Big Wario! Er weiß schon, was die Lösung ist, aber er fragt, ob du es als erstes selbst versuchen möchtest. Naja, ich hab ja nicht mal einen Anhalts... Ooooooh! Das ist aber nicht der Metal-Vario. Ist mir egal, ich hab einen Stern! Hm. Hm. Steinschlag. Woher soll man das denn wissen? Hier! So ein böser Ausdruck. Nein, ich kenn nicht... Maus. Nicht Piep-Maus. Piepi-Maus! Oh nein! Das ist auch nicht gut! Klopp! So, jetzt möchte ich aber erst mal Münzen sammeln. Das kommt nämlich sonst zu kurz. Ah! Kommt schon! Aber ich will dich auch! Ha! Nein! Ich hab eine verloren! Damit ist mein Schicksal besiegelt. Ja... Ich werde nicht mehr die 100 Münzen schaffen in diesem Level. Nein, Quatsch! Ah! Die Münzen fallen weg! Das gibt's doch nicht! Das darf nicht passieren! Sonst weiß ich nicht, wo ich noch welche herkriegen soll. Boing! So! Also, Münzen sammeln ist erst mal angesagt, möchte ich sagen. Nur noch mal, für alle, die nicht aufgepasst haben. Und für alle, die aufgepasst haben, ich möchte trotzdem Münzen sammeln. Das ist jetzt nur die Frage. Also, erst mal, ähm... Das darf ich auch. Kalmen ist wieder da! Hurra! Wer? Kalmen! Achso! Ja! 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 Ja, ja! Das ist... Münzenmassenzizid... Münzenmassenzizid... Münzenmatzen... Mützenmassenz... Massenz... Ja, die haben gemün... Gemünzmassenmizinsisuitsit... Genau, korrekt. Sie haben Sui zitiert? Ja, stimmt. Wer hat Sui zitiert? Und wer Sui? Sui ist die Kurzform von Sui Shomaru, ist ein Let's Player. Minchili, dieses Stream geht noch bis spätestens 22 Uhr weiter. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Da gibt's auf jeden Fall schon mal ein paar Münzen dahinten. Und hier gibt's auch welche. Ja. Ja, das ist richtig. Günther. Wieso stalk dieses Auge die ganze Zeit? Das frage ich mich bei manchen meiner Zuschauer auch. Oh, viele liebe Grüße. Okay, Dankeschön. So. Jetzt geht's hier erstmal. In der Tat. Mhm. Weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Auge zu verlernen. Wie ich ja gerade sagte. So, war hier nicht irgendwo auch mal so ein komischer Stampfdings mit blauen Münzen? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich will aber Münzen haben. Ich brauche ganz viele Münzen, weil sonst habe ich keine Münzen. Und Münzen heißen Münzen, sind viel Münzen, sind gut. Okay. 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 Ja. Nein. Nein. Du, Leute, haben nichts gegessen. Eventuell sollten meine Eltern erfahren, dass ich noch lebe, aber das Stream ist wichtiger. Na. Scheiße auf die Zuschauer und erstmal reingehen. Ich wollte Münzen haben und jetzt sind wieder welche in den Suizid gesprungen. Deine Trauben. Hä? Deine Trauben sind in den Suizid gesprungen. Nein, ich meine Münzen. Aber danke, dass du mich an was erinnert hast. Ich muss essen. Bitteschön. Sonst falle ich vom... Ja, sonst bist du kein großer Junge. Kein großer und starker. Was soll denn das heißen? Ich bin 24. 20, ich werde nicht größer und naja, stärker vielleicht schon. Ich mach Krafttraining ein bisschen. Also, wenn hier jemand im Stream blödes Zeugquatsch stand, kriegt du auf die Fresse. Nein. 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 Mit sowas droh ich nicht. Ja, das ist echt wenig dafür, dass man 100 braucht für einen Stern. Na, da, 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 da. Jetzt fehlt Fahrstuhlmusik. Stimmt. Hör mal, ich bin ein Paparazzi. Hä? Hä? Wup. Hä? Starlos. Was ist ein Volos? Keine Ahnung. Was ist wo, wo, was? Egal, egal, egal. Äh, T4 Vuk oder was auch immer. Ähm, diesen Spruch... Bitte, diesen Namen. Danke. Sensiere bitte den gesamten Spruch. Ja, in der Tat. Was, wer wird in wem weiterleben? Ganz tief drin. Biiiif. Genau. So, ich hol mir noch die restlichen roten Münzen, aber nur, weil ich Münzen brauche. Nicht, weil ich rote Münzen brauche. Om. Om. Hu! Da ist die nächste, da ist die nächste. Da ist Nummer 6. Näää. Om. Om. Willkommen, LeitA28. Sag doch nicht immer alle Namen. Mach doch mal Abkürzungen draus. Äh, ist ja gut. Äh. Äh, äh. Ach, wir sind hier bei Death Note. Oh, ja. War da so ein Stampfding? Nein, das war bloß dieses komische von dem Stern. Ich mach ja schon die Abkürzungen. L, H, H. Und dann ist es wieder, Fatsch. Shinigami. Ja, genau. Schwupp. Wobei es nicht ganz jung ist. Ich gehe vielleicht, weil ich neu bei dem. Hm. Ja, genau so. Ja. Oh. Oh Mann. Wobei muss ich jetzt moderieren, hä? Was? Wer muss moderieren? Ha, schreit. Gleich musst du Api moderieren. Oh, au, au, au. Hier. Ja, du musst die ganze Zeit eigentlich schon moderieren. Du musst, du musst machen das. Aua. Hä? Moment. Oh Gott. Brauche ich hier Vario, um überhaupt weiterzukommen? Ist das... Oh, das ist ja fies. Das war ja vorher nicht so. Ja. Okay, erstmal brauche ich Münzen. Wo kriege ich wieder Münzen her? Gehe vielleicht ganz zum Anfang. Ich gehe mal hier lang. Und dann sterbe ich. Ist ja schon gut, warte. So, jetzt ist es nicht mehr da. Lass dich von denen nicht, äh, 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 äh. Ja, jetzt weine ich. Ja, lass dich nicht von denen zum Weinen bringen. Die sind alle ganz gemein. Oh, da gibt's Münzen. Das einzige Problem ist, ich werde sterben, wenn ich das mache. Nein, das... Nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh Gott. Eine Münze. Das hat sich ja gelohnt. Ja. Tada. Okay, hier komme ich gerade nicht lang. Also muss ich den anderen Weg... Ich muss irgendwo lang. Ich weiß nur noch nicht wo. Und ich frage mich, ob ich hier wirklich überhaupt noch 100 Münzen kriegen kann. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Ah, Mario und Luigi sind mit Blue gegen Giftgastinom. Ah, ach, Luigi auch. Mhm. Gut, dass ich das jetzt weiß. So. Oh, da sind wir hier mit. Und ein Stern, wollte ich gerade sagen. Ein Stern ab. Ja. So, erst mal noch hier runter. Hier muss es ja auch irgendwo was geben. Hm. Ein Gumbass. Gumbass. Ein Gimbis. Ein Gimbis. Hm. Ein Gimbis. Na, Moment. Also müsste ich mir ja eigentlich dann lieber Luigi nehmen, weil der ist schneller. Mit dem kann ich mehr machen, wenn ich... ... 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 Da ist noch irgendwelche Münzen, die ich kriegen kann. Ich meine, da ist eine Tür, die ist... Da ist noch Nessie, oder was war das? Ja, da ist Nessie. Oh, wie cool. Manche sind Münzen. Kann ich den Stein kaputt kloppen eigentlich? Sieht bald so aus. Ich glaube, war Mario, könnte ich erstmal sagen. Ich denke nämlich, dass... Ja, das wäre dann so eine Mario-Aufgabe. Und das wäre auch eigentlich eine Mario-Aufgabe, hier den Schalter zu drücken und das aufzumachen. Deine Abkürzung ist M. Ja! Wie Mario! So, okay. Dann würde ich sagen, ich hole mir nochmal einen Wario oder ich hole mir noch irgendwo Münzen her. Es sind ja nur noch 30. Hm. Oh, wieder Zeit für eine Weintraube. Soll ich so ein Alarm machen? Alte 30 Sekunden sind. Ja, Hase ist okay. Ja. Herr Hase. Ich bin auch voll cool, ne? Ja, ja, der wurde schon benutzt, so. Nein, dich muss ich L nennen. Genau. Ähm, das war nix. Gab's da Münzen? Ich guck noch mal. Ähm, ich mache mal das Falsche. Ich sollte aufpassen. Luigi ist ja gottesspät. War das nicht das erste Level der Welt? Den solltest du schon haben, weil es in dem Level einer Wario-Mütze gab, bevor du ihn frei hattest. Mhm, ja. Ja, das klingt einleuchtend. Ja. Ja, Herr Richter. Da haben Sie ganz recht. Aaaaaaah. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Das Gelächter. Ha, 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 ha. Soll ich hier wirklich noch irgendwo 30 Münzen herkriegen können? Ja, sicher. Ja, natürlich. Ja, Mama. Ja, Mama. Ja, Mama.